Das war's nicht eine magische Waffe. Ne, Melee, alles Melee, Range Damaged. Ja gut, da werden wir zwischen Normalen und Waffen, äh Waffen und Range unterscheiden. Embleme, Loot All, Deposit All, Sword, Ordinary Name, Embleme. Okay, save. Und Name, Waffen 4. Und nochmal, Loot All, und wo ist Waffen 4, da ist Waffen 4. Ja, Deposit All. Kann sein, dass ich das Ganze noch, noch eine Reihe Kisten mache, wenn ich da wieder auch alles einsortiert habe und da halbleere Kisten habe. Aber erstmal, Rüstungen. Achso, die ist ja jetzt leer. Da kann ich irgendwelchen Rüstungsquatsch rein tun, den ich achte, nicht brauche. So. Ähm. Oh. Marshmiller. Die hab ich ja auch. Über Scheiß aber irgendwie mitgenommen. Also benutzt, als ich den gekillt habe. So, und so. Toppl. Und, flupp, flupp, flupp. Flupp, flupp, flupp. Flupp, flup, flupp, flupp. Flupp, 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 flupp. вариант der Kisten Happy hands Rangers 24 Das ist schön. Ähm. Oh, wir haben hier keine Angelquests mehr gemacht. Aber vorher... Das haben wir ja wieder alles... ...verarbeitet und so. Weiter. Das sieht noch ein bisschen doof aus, aber ist mir jetzt auch egal. Ich gehe jetzt einfach mal noch... ...gucken, ob ich noch einen Travelworm finde. War es schon hier? Ich glaube nicht. Ne. Im Leben nicht. Da war es. Na. Ui. Geht das auch? Ja. Mal gucken, ob ich noch einen finde. Und... Geht das auch? Ja. Mal gucken, ob ich noch einen finde. Mal gucken. Mal gucken das mal. Das ist ja so eine Rolle. Ich wollte schon sagen Hydra. Blö. Nicht Hydra, sondern... Was ist da denn jetzt? Medusa! Mensch! Ich hab mir die ja nicht wissen, inwieweit muss ich da weg. Da war ich nämlich noch nie wirklich, oder? Oh, die kann man mal mitnehmen. Neue Farben! Bisschen Kupfer, Kupfer! Die Top-Brems kann ich eh nicht mehr einsortieren. Wo bin ich jetzt? Da bin ich! Ich weiß nicht, dass da einer gespawnt ist, aber... Ich kann hier mal gucken. Ja, genau. Nur einmal aufhören und zücken und dann ist auch gut. Dann suchen wir uns echt mal eine schöne Stelle im Dschungel aus, die wir zum Dings machen können. Oh, hier sind wir schon im Eis-Dingens-Bummens-Eis-Landschaft. Schnee-Bio! Schnee-Bio! Genau! War da gerade einer drin? Ich hoffe nicht, dass ich hier jetzt gefehlt habe. Ich hoffe nicht, dass ich hier jetzt gefehlt habe. Ich kann hier auch mal mit. Wenn es rollt. Nö, täuschte. Oh, wie gesagt. Spinnen-Netzte-Männer. Mehr als genug. Oh, dann ist es hin. Die Seele des Lichts. Das war schon gleich voll, ne? Das war schon gleich voll, ne? War da gerade einer, die ich gekelt habe? Ah, Mann! Ah, einmal noch zurück! Ey! Blöde, sau! So! Jetzt habe ich den Mususa-Banner bekommen, ja! Ich sehe da keinen, das ist einfach zu wenig. Ah, nee, da ist keiner, das reicht jetzt. Aber einen solch wollte ich noch mal begehen. Vielleicht hat der ja... Nö, war ja nicht. Na gut. Ja, da haben wir den zweiten Trouble-Worm gefunden. Trouble-Worm, genau, Trouble-Worm. Ja, whatever. Okay, einmal gehe ich noch zu. Einmal noch. Vielleicht habe ich ja Glück. Wahrscheinlich nicht. Egal. Aber was sehen, ich hoffe, dass nach so ein Heini kommt. Äh, wie heißen diese Teleport-Fächer? Ah, vielleicht kommt ja noch mal eine, dann weiß ich, wie die heißen. Ja, ich habe keinen Discord-Stuff. Nö, kein Truffle-Warm! Gut, dann halt nicht! Es ist gerade frisch stark geworden? Nee, doch. Gut, es ist nachmittags, ist dieser EMPM-Zeit nicht schlau. Es ist morgens! Weiß ich, am Tag? Ja, doch! Fünfzehn-Tunden-Tag! Fünfzehn-Tunden-Lange für's Tag! Nein! Ich hoffe eigentlich nicht auf noch einen Truffle-Warm. Ich hoffe eigentlich noch auf so'n Teleport-Heini gedöhnt. Ist jetzt auch scheißegal! So, einmal noch mal kurz gucken! Und wenn da keiner ist, dann ist halt keiner! Wie bitte! Du gehst einfach mal kurz auf! Guck! Du gehst ja auch hier! Du gehst ja auch hier! Du gehst ja auch hier! Was bist du zu Hause$0? Guck! ... Du gehst halt nicht auf! Ich suche zuerst mal den Farbhaini, das müsste er sein mit den Strange Plants. Burning Hates Die, ich glaube das ist neu. Äh, da. Oha, gut. Ist so der Burner, was habe ich da gefunden? Gladiator, Breastplate. Was sind die Einzelne, was man die nicht irgendwie stacken kann? Oder rechts klicken. Oder, wollen sie Shift klicken? Ja, hm, gut. Aber das war drüber aufregend. So. Ja, und die Farbstoffmittel haben wir noch nicht. Ähm, ich meine Färbemittel sind doch da oben. Färbemittel, scheint so. Krieg's weg? Nein, hatten wir noch nicht. Ja, ganz nett, aber auch nicht so doll. Hm, Black Die. Lass mal auch mal sammeln, ey, Mann. Und das, ich behaupte mal, die sind voll. Gladiator, Breastplate, das ist Vanity. Was weiter unten ist. Was? Die Wände, die Kiste ist ja auch schon fast voll. Ja. Ähm, das kann weg. Medusa-Banner, das habe ich auf jeden Fall noch nicht. Banner 3. Damit kann ich Farben machen, meine Herren. Oh. Äh. Da... Vanity... Javeline... Äh... Das müsste eine der Waffenkisten sein. Waffen... Ja, komm. Ja, schmeiß weg den Scheiß. Äh... Ah, ich hätte es auch verticken können. Egal. So, das packe ich mal unter... Ja, es ist mehr Vanity als Rüstung. Aber eigentlich... Loot all. Was soll das? Hauptwerb da? Oh, keine Sau. Deposit all. Rename... Bilder... Äh... Enter. Reicht. Genau. So, jetzt haben wir die Bilder benannt. Äh... Rename... Vanity... Vier... Mach natürlich jetzt Sinn. So, dann haben die... Oh Gott, hab ich da viele da reingebunkert. Egal. So, jetzt wollte ich gucken, ob ich... Hm, hab ich die Werkzeuge woanders... Die hab ich nach unten getan. Ich hab doch bestimmt den Clint Terminator. Not. Und ich will die nicht leisten? Oder hab ich ihn... In der Bastelkiste... Wo ist uns... So, und wie war das noch, wenn ich das... Was macht... Was macht... Ähm... Ich glaube, das war... Das grüne Zeugs... Ähm... Muss ich mal nachkicken... Status... Nee... Shop... Ach... Wo ist die denn hin? Da hab ich sie... Die Steampunkerin. Genau. So, mal Wolkenhäuser basteln wieder. Und die, die da unten sind, auch mal wieder... Äh... Mal wieder. Dann hab ich schon überhaupt mal... Woanders reinkommen. Beziehungsweise einfach mal wieder ne Wolke... Oder so ne große, allgemein Wolke... Keine Ahnung. Mal gucken. Äh... Green Solution. Hat der noch was anderes? Äh... Ausflug als Loadfall. Steampunk Wings... Äh... Noch nicht. Sollte reichen. Achso, das ist das viel. Gucken wir uns erstmal ne schöne Stelle im Dschungel aus. Ah... Und die Tür ist noch offen... Oh, ist er hier irgendwo? Jo. Ob ich das schon über den Dschungel hinaus ausbreitet oder ob sie das geändert haben? Glaube ich nicht. Ich meine, das ist so mehr oder weniger mit Absicht so, dass man da einfach hinter dran muss. Die Külle hätte ich ja nicht hinterher hüpfen brauchen. Das wollte ich da machen, so. Ich habe ihn auch mal wieder. Ich habe ihn auch mal wieder. Ähm... Ey, ist gut. Ein Bug mit den Kanten gibt's auch immer noch. Ja, Bug... Ist zu wettig, aber... Man kommt da hoch, aber nicht runter. Aua... 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 Das war die falsche Solution. Also wieder zurück. Äh... Ohne Quickstacken machen. So... Weg damit. Äh... Wo hab ich das Ding versteckt gehabt? Ich hab... Weihnachten. Äh... Hä? Hä? Wo hab ich das Ding gehabt? Ist doch eigentlich eine Bastelnkiste da... Ah, da... Ja... Ähm... Short Items... Und... Tue ich erstmal hier hin. Hören wir aber jetzt mal so. Short Items. Das war Basteln 2. Ich pack das dann immer in die Werkzeugkiste. Oder? Ach, ich lass den in der Bastelkiste. Gut. Dann... Ich dachte eigentlich... Was gemacht aus dem Dschungel-Bium? Pilz-Bium. Aber dann ist es wohl... noch andersrum mit den... mit der Green Solution. Äh... Ja, du bist mir was. Sowas im Wurscht. Wo ist denn seine Butze? Da ist er! Seine Butze ist rechts. Oh... Ich hab schon viele... Platin-Zell... Mehr als... Nichts genug. Ah... Tränky wollte ich auch noch mal basteln. Aber erstmal mach ich das mit dem... Junior... Wollte ich eigentlich auch nicht zu farmen. Ja... Ach... Mann, ich will ja schon mal dabei sein. Oh, das ist doch netter Wasser. Effekt sehe ich gerade so. Gut... Äh...